Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich eine Kindersicherung am Schrank richtig montieren und somit auch die unsichtbare Magnetschubladensicherung richtig anbringen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal sollten wir alles auspacken, dann können wir auch schon erkennen, dass die Kindersicherung eigentlich aus unseren Magneten, dem Magnetschloss, der sogenannten Auszugsperre, was einfach das Gegenstück zu unserem Magnetschloss ist, und aus der Montagehilfe besteht und am Ende wird es so ausschauen, dass der Magnet jetzt durch die Schranktür hindurch dieses Schloss ganz einfach auf- bzw. auch zumachen kann. Um alles richtig montieren zu können, sollten wir zuerst mal die Montagehilfe zur Hand nehmen und mit der anderen Hand können wir dann auch schon die sogenannte Auszugsperre hier oben hineingeben und mit etwas Druck nach unten das Ganze auch einklipsen lassen. Danach noch das Magnetschloss zur Hand nehmen, hierbei ist jetzt eigentlich nur wichtig, man sollte das Magnetschloss mal schließen, diesen Hebel nach oben bzw. vorne drücken, dass er auch im Moment gesperrt ist und dann können wir dieses auch schon ganz einfach in unsere Montagehilfe hineingeben. Im nächsten Schritt können wir das Ganze eigentlich auch schon einbauen und hierbei ist eigentlich nur wichtig zu wissen, dass es am Ende auf jeden Fall bündig mit unserem Schrankkorpus sein muss und dass die Auszugsperre an irgendeinem festen Bauteil jetzt dran kleben muss. In meinem Fall habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich es hier oben zum Beispiel anbringe, da ist es völlig egal, ob ich es auf der linken Seite oder auch etwas weiter mittig mache und die entsprechende Stelle sollte natürlich auch sauber sein, bedeutet einfach staub- und fettfrei. Danach kann ich auch schon hier oben einmal meine Trägerfolie von dem Klebepad heruntergeben und jetzt drücke ich es einfach mal schon mit etwas Kraft sauber hier oben dagegen, dass es natürlich anschließend auch besser hält. Als nächstes muss natürlich auch noch die Trägerfolie von meinem Magnetschloss ab. Hierfür kann ich das Ganze auch gerne einfach nochmal rausnehmen, Trägerfolie abziehen und jetzt natürlich darauf achten, dass das Schloss dementsprechend wieder geschlossen ist. Vorsichtig in meine Montagehilfe hineingeben und wenn auch das passt, dann einfach mal die Schublade bzw. den Schrank vorsichtig schließen. Da sollte er natürlich auch an der entsprechenden Stelle jetzt ganz zu sein und wenn ich es aufmache, dann sollte mein Magnetschloss auch schon dran kleben bleiben. Damit am Ende auch alles ordentlich hält, drücke ich mal die Bauteile mit meinem Finger noch dementsprechend gegen den Schrank. Jetzt schaue ich, dass ich mit einem Finger die Auszugssperre festhalte. Mit der anderen Hand kann ich auch schon meine Montagehilfe ganz einfach abmachen und dass ich am Ende natürlich nicht vergesse, wo mein Schloss jetzt sitzt. Gibt es normalerweise beim Kauf auch noch immer so einen kleinen Aufkleber mit dazu. Da löse ich auch einfach mal wieder meine Trägerfolie und kann das Ganze an die entsprechende Stelle auch schon dran kleben. Zum Schluss überprüfe ich alles noch auf Funktion. Wir können sehen, jetzt im Moment geht die Schublade ganz normal auf bzw. zu, auch wenn ich den Magneten da hinhalte. Aber sobald ich jetzt einmal noch den Schalter bei meinem Magnetschloss umlege, dann kann ich die Schublade zumachen und sie hält auch schon dicht. Sobald ich mit meinem Magneten hier hingehe, öffnet sich das Ganze wieder automatisch und ich kann es ganz einfach wieder aufmachen. Falls bei dir übrigens diese zwei Bauteile nicht so entsprechend halten sollten, dann gibt es normalerweise auch noch so kleine Schrauben mit beim Kauf dazu. Damit hält es dann auf jeden Fall und wir sollten darauf achten, dass wir natürlich den Magneten immer an einer guten Stelle aufbewahren. Hierfür kann man entweder noch dieses spezielle Bauteil irgendwo hinkleben oder aber wie in meinem Fall werde ich den Magneten ganz einfach an meinen Kühlschrank hängen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich mehrere Magnetschlösser auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.